Die Ernährungspyramide Bei Zucker bleibt bescheiden, mehr Gemüse, Bohnen und Reis, das gehört zu jedem Speis. Fett und Öl, das sollst du meinen und bei Toten bleibt bescheiden. Rauch dir Zuckerl nicht zu süß, sag zum Gummibärchen Tschüss. Die Ernährungspyramide macht dich fit und gar nicht müde, wenn du dich nur daran hältst und gesund erspeisen willst. Und das geht so. Naschereien sollst du meiden und bei Keksen bleibt bescheiden. Wenig Fleisch, ja nicht Fisch, das muss öfter auf den Tisch. Fette Würste sollst du meiden und bei Eiern bleibt bescheiden. Die Getränke nicht zu süß, sag zum Coca-Cola Tschüss. Die Ernährungspyramide macht dich fit und gar nicht müde, wenn du dich nur daran hältst und gesund bespeisen willst. Und das geht so. Fetten Käse sollst du meiden und bei Chips, da bleibt bescheiden. Täglich Obst nicht vergessen, auch den Topfen kannst du essen. Zu viel Salz, das sollst du meiden und beim Würzen bleibt bescheiden. Marmelade nicht zu süß, sag zum Nutella Tschüss. Auch Bewegung tut dir gut, das bringt Sauerstoff ins Blut. A. ist Apfel, Alfred, B. Banane, Bob, C. Carola, Clementine, die verdrängt den Drop, D. die Dattel-Dillen, liebt er da Erdbeeren. Franzi Feige geht zur Schule mit Greta, Granatapfel. H. ist Hansi Himbeeren und die singt nicht allein. I. wie Ingo, irre Traube, die stimmt heut mit ein. Jan-Johannes Brot ist manchmal ein Chaot. So liebt ihn Kati, Kiwi, doch und Leo, Lauch wird auch gemocht. N. wie Momo, Mango, trifft Nektarinen, Nina. Beide finden Obstsalat mit Orange, Olga, prima. P. ist Paula für sich und Q. die Quitte, Quinn. Beide mischen kräftig mit und geben Pfiff und Sinn. Unsere frechen Freunde zeigen dir das Alphabet. Jeden Tag was anderes essen, das macht Appetit. Jeden Tag was anderes essen, das macht Appetit. Raphael, die rote Beete und Simon Spinat, treffen sich mit Tomtomate in grünem Salat. U. wie Ulrich Ugli, der will da auch mit rein. Leider kennt ihn noch kaum jemand, wie kann das denn sein? Unsere frechen Freunde zeigen dir das Alphabet. Jeden Tag was anderes essen, das macht Appetit. V. wie Vicky aus Valencia ist orange und süß. Wird von Willi Wassermelone saftig kühl begrüßt. X. nun nehmt euch schnell in Acht, ist Xavier extra scharf. Richtig, das ist eine Chili, die nimmt man bei Bedarf. Y. die Yoga-Gurke, nennt sich selbst Jasmin. Zora, die Zucchini, spielt heut auf dem Tambourin. Unsere frechen Freunde zeigen dir das Alphabet. Jeden Tag was gutes essen, das macht Appetit. Unsere frechen Freunde zeigen dir das Alphabet. Jeden Tag was anderes essen, das macht Appetit. Ja, das macht Appetit. Ja, das macht Appetit.